Martin Ferdinand Quadal war ein österreichischer Porträt und Tiermaler sowie Kupferstecher. Leben Quadal, der eigentlich Schwartal hieß, studierte an der Akademie der Bildenden Künste Wien. Er lebte einige Jahre in Wien, sein weiteres Leben war von zahlreichen Studienreisen durch ganz Europa gekennzeichnet, die ihn durch Deutschland, England, Frankreich und Italien führten minus 1804, weilte er in St. Petersburg, war dann zwei Jahre in London und dann wieder bis zu seinem Tode in St. Petersburg. In einigen Kunstakademien Europas war er Ehrenmitglied. Leistung Quadal war ein zu seiner Zeit sehr beliebter Porträt und Tiermaler, der auch Genreszenen schuf. Er war Klassizist, der Anregungen aus England aufgriff. Die meisten seiner Gemälde befinden sich auch in England und Russland. Eines seiner interessantesten Bilder stellt die Mitglieder der Wiener Akademie beim Aktstudium dar. Darauf sind die bedeutendsten Künstler des späten 18. Jahrhunderts in Wien zu sehen, wie Franz Anton Maueböc, Friedrich Heinrich Füger, Johann Baptist Lampi oder die Bildhauer Johann Martin Fischer und Franz Anton Zauner. Auch Quadal selbst hat sich auf dem Bild verewigt. Werke Selbstporträt Ca. 1785 Hüll auf Leinwand 37,1 x 27,3 cm. Der Aktseil der Wiener Akademie im St. Annergebäude im Jahr 1787 Hüll auf Leinwand 145 x 206,5 cm. Kaiser Josef II. Mit Erzherzog Franz und der Generalität im Lager bei Minkendorf im November 1786 1788 Hüll auf Leinwand 212 x 325 cm. Selbstporträt mit Hund 1788 Hüll auf Leinwand Cincinnati Art Museum. Porträt Anna Elisabeth van Thuyl van Zerosgerken 1793 Hüll auf Leinwand 134 x 23 cm. Porträt Georg Heinrich Sieweking 1796 Hüll auf Leinwand. Porträt Friedrich Gottlieb Klopstock um 1796 Hüll auf Leinwand. Selbstporträt 1798 Porträt der Großfürstin Maria, Tochter von Z. Paul I. 1799 Hüll auf Leinwand 67 x 56 cm. Krönung von Z. Paul I. und Maria Fjodorovna 1799 Porträt Fürst Nikolai Ivanovich Saltekov 1807 Hüll auf Leinwand Eremitage St. Petersburg Bei Kerzenlicht Hüll auf Leinwand Latsenki Palast Warschau Geisel 1679 Hüll auf Leinwand 1.2 Vielen Dank.